Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Oh, nein, stopp, halt, Lutz, das ist ein Tierschild. Schild der Nikluda-Handwerker, nicht viel stärker als ein gewöhnlicher Holzschild, aber macht dafür als Wandschmuck eine gute Figur, naja. Nee, nee, doch nicht. So, wo geht's denn jetzt lang, ha? So, okay, Moment, Dillenbox, Mom. Ich bin viel zu klein für dich, während du mich nicht triffst, hätte ich jetzt vielleicht auch eine Chance gehabt. So, Pilz und was mich aber gerade mehr gereizt hat. Sind die Ziele hier? Blake? Da können wir doch bestimmt einen Krog-Samen abstauben, oder? Nicht? Nicht? Ja, bei Demen-Headshot zu erzählen, war jetzt auch nicht schwierig. Octorok-Auge, diese Zutat gewinnt man nur von einem Octorok. Man kann Medizin daraus herstellen oder es verkaufen, doch es soll sich auch anderweitig verwenden lassen. Alright, okay. Kutter! Wild, immer gut. Ähm. Noch irgendwo eine Zielscheibe? Da hinten sehe ich nicht nur Zielscheiben, sondern auch ein Häuschen. Wie viele von den Dingern soll ich dir noch platt machen? Ah. Das sieht eigentlich fast aus wie... Wie viele von den Dingern gibt's denn hier? Das sieht fast aus wie damals bei Ocarina of Time, Bogenschießen zu Pferde. Okay, ähm. Noch irgendwo? Ich hatte gehofft, ich kriege jetzt einen... Ich finde einen... Ich finde einen kleinen Krog. Nicht so? Nein, mein Pferd ist nass. Ja, scheiße, wa? Ist das doof? Willst du plaudern? Wenn das so ist, erzähle ich dir etwas über Pferde. Auch Pferde ermüden, wenn sie rennen. Du kannst deinem Pferd also nicht ständig die Sporen geben. Achte stets auf den Status deines treuen Reittiers. Wo sehe ich denn den ein? Hallo, Lutz. Lutz, wie ist denn dein Status so? Hast du gerade gebockt, du Arsch? Hey. Okay, cruisen wir also erstmal weiter. Ich hab doch hier einen Schrein markiert, so waren wir. Yeah. Ja. Hyrule Reis. Das meist gehandelte Getreide in Kakariko. Er wächst nur in wasserreichen Regionen und ist die Hauptsatat für beliebte Rezepte wie Rosotto oder Reisbällchen. Joink, 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 joink. Werbeide in's Ja. Ich hab mich noch nicht in die nowhere. Ich hab dich nicht verliebte. Ja. 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 Was ist das so, was ich jetzt? Geh, oh. Ja. 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 Ich hab dich das so, was du für ein Lauf. Ja. Ich hab mich Dir. Das so, was da. Ja. Ich hab dich nicht verliebte, was ich. Ja, ich hab dich. Patz! Dass ich die Dinger werfen kann, kurz bevor sie kaputt gehen, hab ich fast vergessen, ey. Wow, 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 was war das denn für... Okay, wow, das hat mich irritiert. Ey, komm wieder hoch, Mann! Das ist echt, das Schwert, das ist kompliziert irgendwie. Aber mir macht es sehr viel Spaß. What the fuck, Alter? Ein Wischmopp! Echt jetzt? What? Dude. Warum Wischmopps? Hau nicht mal in Wolf, Mann! Mit deinem scheiß Wischmopp! Ich kann mal einen Wischmopp nach euch werfen, ey. Feuer! Gott! Äh, nee. Zum Schreien wollten wir doch. Das ist so, so unglaublich leicht, bei diesem Spiel irgendwie was aus den Augen zu verlieren. Das ist der Hammer. Oh, hallo, Hateno! Cool. Das ist chillig! Gut, rennen wir erstmal zum Hateno-Schrein. Wolf-Wolf-Wolfling ist wieder in seine Welt zurückgekehrt. Dabei habe ich den noch so gerne dabei. Hi! Miamagana-Schrein. Cool, gib mal was! Oh, und ich habe ganz vergessen, zur Göttin zu beten, nachdem wir vier Symbole hatten. Aber hier in Hateno gibt es definitiv auch eine Statue der Göttin, also... Egal! Verwende Amiibo, um hilfreiche Dinge zu erhalten. Manchmal erscheinen sogar Schatztruhen, die Waffen oder Pfeile enthalten. Ich könnte... Geht das nur mit den neuen Breath of the Wild, Link und Zelda und Dings wie Figuren oder könnte ich vielleicht... Das klappt hier eh nicht. Aha, aha, I like it. Alles klar, lass mal sehen, was gibt's denn hier so. Da hinten ist ein Gitter. Und... Hi! Oh Gott! Mit dem Controller? Darf ich? Oh, shit! Fick diese Motion Control! Ja, ich auch so viel sehe gerade. Aber es geht, okay. Nein! Ja, komm! Warte, 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 warte. Ja, ich auch so viel sehen, wie schön, dass ich infinite neue Bälle bekomme. Aber das haben wir bei Trilite Princess doch schon nicht gemocht, Leute. Ja, das ist doof, dass ich mir meine eigene Kacke verdecke damit. Warte mal, was? Warte mal, wo soll diese Murmel eigentlich... Oh. Echt jetzt? Wartet mal. Geht das? Geht das echt? Komm schon. Ich will das ausprobieren. Also es sieht zwar so aus, als wenn es nicht geht, aber es wäre einfach zu komisch. Definitiv ein Versuch wert. Nein. Aber so scheint auch nicht toll zu klappen. Wartet mal. Wartet mal. Passt mal auf. Ich will das jetzt schaffen. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Komm schon. Na? Das ist so doof zu beurteilen. Anhand dieser Perspektive, ob die Karre jetzt gerade ist oder nicht. Weil die Motion Control ja schon sehr, sehr... Okay, das ist gerade ernsthaft. Komm schon, Mann. Tu mir das nicht an. Mach nicht so schwer. Nein. Okay, wir machen es regulär. Es wäre nur cool gewesen. Okay, tut mir leid. Moment. Nächster Vers... Ich versuche nochmal zu cheaten, ja? Ha-ha-ha! Ist das dumm. Okay. Nächste Frage. Mhm. Naja, das bringt uns ehrlich gesagt nicht vielfürchtig. Das auch nicht. Ach, das Ding ist so schief. Da links. Das geht schon. Gott, im Himmel. Na, ist toll. Jetzt haben wir wieder die Scheiße. Lass mal da reinfallen. Danke. Nicht dahin. Wie soll denn das funktionieren? Aha. Boah, war das dumm. Hey. Hey. Also das war... Also... Das war ein bisschen doof geskriptet, wenn ihr mich fragt. Fein. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Könnte nicht schaden, wenn die ganze Kacke noch ein bisschen schräger nach da geht. Probieren wir's gleich mal. Oh, no. Dumm-tum-tum. Nein, 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 nein 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 Ja, ja Lauf ich halt da lang Und den ganzen Weg wieder zurück Ich will aber wissen, was in dieser Kiste ist Denn die Schreinkisten, also abgesehen davon, dass ich Davon abgesehen, dass ich ein verdammter Kerl bin, der jeden Scheiß haben will, den er sieht Ähm So Danke Äh, gibt's in den Schreinen bisher immer den besten Kran, das geilste Spielzeug, also Ganz, ganz sicher hol ich mir einen Ishin-Bogen Seht ihr, was ich meine? Traditioneller Bogen der Sheikah Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und sie spannt, erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah Kein Platz in der Tasche Fick dich Weg mit dem Bockbogen, Junge Mist Also er hat Zoom Geil Sehr geil Ein Schreiberbogen Sehr schön, sehr schön Hello again Ja, 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 danke Zeichen, Löw, Bewährung Ja, äh, ich kenne euch schon so, was wirble, metallene Gegenstände herum Oder lasst ihr auf Monster fallen, um ordentlich Schaden anzurichten, Magnetmodul Ich benutze die Module so wenig Ich meine, okay, wow, Bombenmodul Ab und zu mal Aber, okay, Magnetmodul, um ein bisschen was zu machen Das Zeitmodul zum Beispiel benutze ich sehr selten Ähm, ah, es geht so Aber das, das, äh, Stasis-Modul Das benutze ich schon verdammt selten, muss ich sagen Okay, Leute Wir gucken uns dann Hateno beim nächsten Mal an Ähm, ich glaube Ja, okay, cool Schreien auch, alles gut Alright Ihr könnt immer gerne like, abonnieren, kommentieren Und unterteilen Ich bin raus für heute Blink up